Ja, du komm schon, ist doch keiner zu Hause. Ja, vor Schönbiel habe ich ja auch keine Angst. Ja, dann los! Was machen wir denn eigentlich, wenn wir den Bären gefunden haben? Ja, du riechst ihn in den Strick um den Hals und ich halte ihn mit dem Mist vor den Schäden. So finde ich den Plan aber nicht so gut. Arschi. Ja, ja. Ach, da ist er. Arschi. 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 Ihr seid das. Ach so. Wie, wir sind das? Das ist vielleicht eine Scheiße hier. Stellt euch das vor, kaum ist man mal ein paar Tage aus dem Haus, schon wird alles aufgebrochen. Das sind diese Chaoten aus der Stadt, denen ist nichts heilig. Ach, wenn Inge Lore das sieht, was die mit ihrem Honig gemacht haben. Oh, haue, haue, haue. Oh, haue, haue, haue. Wer macht bloß sowas? Was wolltet ihr denn eigentlich hier? Wir, wir, ach so, ja, wir, 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 äh, bringen Harald wieder, ne? Ach gut, ja, 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 ja. Ach, mein Guter. Ja, ja, wir müssen da mal wieder. Wir müssen doch abrechnen. Äh, nächstes Mal, ne? Es eilt nicht, ja, ja, ja. Aha, haue, haue, haue. Uh.